Moin Moin Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt und damit begrüße ich euch sehr herzlich bei meinem Content. Schön, dass ihr da seid. Ja, steigen wir ein in die Welt der Finanzen, der Edelmetalle, der Aktien, des Marktes, der Börse. Generell, wenn es um die aktuellen Tagesgeschehen geht, ich würde sagen, es wird doch wunderbar und sehr spannend. Das wird kein klassisches Aufrege-Video, wie ihr es vielleicht von mir ja schon kennt. Ihr wisst es ja, es gibt ja so manches Mal ein paar Formate, wo ich einfach meinen Ärger Luft verschaffen muss und einfach rauspresaunen muss, was mir gerade so in dem Kopf herumspirrt, so meine geistigen Gedanken sortieren. Das kann ich selbstverständlich auch sehr gut über die Plattform YouTube, wenn ich sozusagen mich, meinen Gleichgesinnten und damit seid ihr gemeint, liebe Zuschauer, mitteilen kann. Dann geht es mir persönlich einfach auch besser. Worum geht es heute? Erst einmal ein kleines Wort zu dem Gold und den Silberpreis 1746,77 Euro pro Finanze Gold. Damit hat sich nicht sehr viel verändert. Dementsprechend sind es dann in US-Dollar 1735,74 US-Dollar pro Finanze Gold. In Silber haben wir dann 19,04 US-Dollar pro Finanze Silber und das sind dann in Euro 19,16 Euro pro Finanze Silber. Okay, damit erstmal genug zu dem Gold und den Silberpreis. Und ja, liebe Freunde, ihr habt den Titel gelesen. Ich möchte bitte, dass ihr alle eure Edelmetalle verkauft, weil ihr wisst es ja, Edelmetalle sind nicht diese Anlage, die für euch oder wie soll ich sagen, euch sozusagen die Möglichkeit gibt, euer Vermögen zu schützen. Ja, weil warum solltet ihr euer Vermögen schützen? Ihr wisst es ja und ich sage das mal mit meinem Gedanken, auch wenn ich damit vielleicht den ein oder anderen Zuschauer politisch auf die Füße treten werde, bitte wählt weiter schön die Grünen, weil die Grünen werden unser Land auf alle Fälle definitiv grüner machen und verbessern. Ihr wisst es ja, Sarkasmus auf. Okay, ja, ich habe heute eine schöne Nachricht gekriegt. Und zwar der US-Dollar ist heute Morgen mehr wert als der Euro. Man höre und staune, es ist endlich passiert, dass der Euro nach langer Geschichte nicht mehr so viel wert ist wie der US-Dollar. Und das muss man sich, das ist schon ein, ja, ein, ich würde fast sagen, ein historischer Moment, wenn man sich mal überlegt, wie das aktuell so ausschaut. Ich nehme euch mal mit rein und dann werdet ihr das auch selbst sehen können. Na, sonst heißt das wieder, oh, der Matze denkt sich hier irgendwas aus, ne? Dann sieht das aktuell nämlich so aus. Guck mal, guck dir das mal an. Ist das nicht wunderbar? Ist doch einfach echt wirklich schön und nice anzuschauen, wenn man sich mal überlegt, man bekommt für einen Dollar, also für einen Euro, so rum, pardon. 99 US-Dollar-Cent, ja, so sieht es aktuell aus. Also ihr bekommt für einen Euro nicht mehr einen US-Dollar. Damit ist die Euro-Dollar-Parität unterschritten und es scheint so zu sein, dass der Euro endlich das geschafft hat, wofür der US-Dollar an sich, ja, mehr als wie 50 Jahre Geschichte gebraucht hat. Wir wissen ja, dass der US-Dollar an sich eine Kaufkraftabwertung von circa 90% hinter sich hat, seit der Auflösung des Gold-Dollar-Bündnisses sozusagen, also Bindung, Bündnis, kann man jetzt nennen, wie man will. Und man kann sagen, dass der US-Dollar seit dieser Geschichte, seit des Ende der Bindung an den Gold-Wert gewissermaßen einen Kaufkraftverlust von über 90% Kaufkraft, also Kaufkraftverlust, ja genau, hinter sich hat. Und ja, es ist ja spannend, dass der Euro das gleiche hingelegt hat in einer Zeitspanne von etwas über mehr wie 20 Jahren, ja, hat der Euro genau das geschafft. Und da bin ich wirklich sehr begeistert darüber, dass wir, ja, alles nachäffen, muss ich schon fast schon sagen, so nachäffen müssen, was die Amerikaner, ja, sozusagen uns vordiktieren, ja. Auch das ist jetzt vielleicht ein politisches Statement, was den einen oder anderen nicht gefallen mag. Es ist aber leider so, dass wir als, ja, man muss das schon fast so nennen, als Vasallenstaat der USA anscheinend alles nachmachen müssen, was uns hier in der Hinsicht vordiktiert wird. Aber selbstverständlich, ihr wisst es ja, wir sind das Land der Denker und der Dichter, deswegen müssen wir das alles gleich noch schneller, ne, vormachen und zeigen, wir können es besser. Insofern haben wir es geschafft, die Kaufkraftabwertung des Euros sogar noch schneller hinzulegen. Ich sagte es ja gerade eben, in einem Zeitraum von ungefähr 20 Jahren, ja, ein bisschen mehr natürlich. Ihr wisst es ja, wann der Euro eingeführt wurde und das ist ja eine sehr, sehr schöne True Story, ne, wenn man sich überlegt, Euro-Dollar-Parität und jetzt, ja, haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, endlich den US-Dollar aufzuwerten, indem wir den Euro sogar noch mehr abwerten. Tolle Geschichte. Okay, was hat das jetzt letzten Endes mit Gold und Silber zu tun? Ihr könnt es euch denken, Inflation wird Fahrt aufnehmen. Ihr werdet momentan auch sehr viele Berichte darüber finden. Auch Berichte im Bundestag von verschiedenen Politikern, das ist jetzt nicht nur auf YouTube an sich beschränkt und auf sozusagen auf Privatleute, die sich auf YouTube sozusagen kundtun und sagen, hey Leute, passt auf. Also Leute, die sich aus dem Finanzwesen sozusagen oder Leute, die sich über das Finanzwesen beschäftigen oder mit dem Finanzwesen beschäftigen, aber auf YouTube sind, sind nicht mehr die einzigen, die das sozusagen, ja, man kann nicht sagen propagieren, sondern versuchen, das in der Öffentlichkeit breitzutreten, dass wir jetzt langsam aufpassen müssen, dass wir hier in einer Krisenzeit hineinlaufen und dass das für, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa immer, immer schlimmer werden kann. Und es auch wird, ja, was jetzt gerade dieses Finanzwesen an sich betrifft und deswegen Gold und Silber, ja. Und ihr werdet da auch natürlich Gegenstimmen finden, das ist ganz klar, ja, da braucht man kein Geheimnis machen. Es wird viele Leute geben, die sagen, ach, was willst du denn mit Gold und Silber? Gerade bei meinem letzten Video gab es wieder Stimmen, die gesagt haben, ach, Silber, da wird es keine Silberrallye gehen. Ganz ehrlich, liebe Freunde, glaubt ihr, die Indien, ja, also die indische Bevölkerung ist sowas von dermaßen blöd, dass sie nicht weiß, was sie tut. Und ich wäre da vorsichtig, mit solchen Statements zu behaupten, nur weil, na, wirst du es ja, das mag vielleicht schon wieder fast rassistisch klingen, nur weil es andere Bevölkerungsgruppen sind, haben die vielleicht nicht so viele Intelligenzmöglichkeiten wie wir. Also dann mit solchen Statements wäre ich wirklich vorsichtig. Ich denke schon, dass die sehr genau wissen, was sie tun, ja. Und es ist jetzt auch wieder so ein Beweis dafür, dass Silber und Gold in eine ganz andere Richtung gehen könnte. Sollte die Inflation, Stagflation, Rezession, das ganze Paket an sich mehr Fahrt aufnehmen, ja, gerade in Europa, dann werden wir definitiv auch schon aus diesen Gründen andere Preise sehen, was Gold und Silber betrifft. Und on top dann zu einer gewissen, womöglicherweise, und das will ich nicht versprechen, ihr wisst es ja, ich bin, ich tue mich hart mit Vorhersagen oder in den Palantia reinzugucken, in die schöne Glaskugel und zu sagen, ach, pass auf, wir werden jetzt dann eine Silber-Rallye von über 40 US-Dollar, beziehungsweise pro Euro, ja, wenn man mal die Kaufkraft an sich überlegt, erleben. Ja, damit bin ich sehr vorsichtig. Insofern kann dann eine on top Rallye zu der Aufwertung von Gold und Silber in Anführungsstrichen noch dazukommen, die sowieso schon darauf basiert, ne, Inflation, Rezession, Stagflation, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Importschwierigkeiten, Exportschwierigkeiten, Russland, Ukraine, Deutschland, Europa, Schwierigkeiten, diplomatische Schwierigkeiten, ja, also man spricht ja kaum miteinander, man macht das ja nur noch über die Medien, über verschiedene Medienplattformen, aber selbst per se spricht man überhaupt nicht mehr miteinander, man pumpt aber trotzdem weiter Geld nach Russland, ohne dass man sich das Gas, also, ne, abholt sozusagen, ganz tolle Geschichte, Deutschland, also das ist, wow, sowas kann nur einer Regierung hierzulande einfallen, aber okay, das sind alle so Randthemen, ähm, darauf will ich gar nicht hinaus, das soll ja auch wirklich auch über Gold und Silber gehen, aber was soll's, ne, wir kaufen dann das Gas über Umwegen, russisches Gas wohlgemerkt, über Umwegen, dann halt von Indien, was macht das schon, ja, weil, ist ja, wir haben ja genug Kohle. Okay, aber das sind, wie gesagt, nur Randthemen, worauf ich hinaus will, ähm, Gold und Silber wird demnächst eine Blütezeit erleben, ja, also, kennt es ja schon, die Tulpomanie, ja, wenn man so will, oder der Gebrüder Hand, das mag alles nicht auf seriösen Füßen stehen, wenn man jetzt an die Gebrüder Hand denkt, ne, die Spekulationsblase damals, ähm, was aber definitiv auf sehr gesunden Füßen steht, ist das Thema Inflation, Rezession, Stagflation, etc., und so weiter, und das wird Gold und Silber an sich beflügeln, einfach aus dem Grund, weil wir die Euro-Stärke verlieren, ja, und das ist genau das, was wir gerade sehen, ähm, die Euro-Dollar-Parität ist per se dann mit fast, ja, vorüber, natürlich kann sich das auch wieder verbessern, das werden wir sehen, aber es zeigt ganz deutlich, und auch wenn sich das jetzt wieder verbessern sollte, es zeigt ganz deutlich, in welche Richtung, liebe Freunde, ja, und das könnt ihr jetzt werten, wie ihr wollt, ähm, das ist natürlich, wie ich schon gerade eben sagte, es kann sich wieder verbessern, dass Euro wieder ein bisschen, ne, Kaufkraft gewinnt, etc., und so weiter, aber es zeigt ganz deutlich, wohin das ganze System steuern kann, gerade in Europa, ja, und es zeigt, wie wenig letzten Endes ein Euro ein Euro sein kann, und darauf kommt es an, und das ist genau das, was ich in diesem Video nochmal verdeutlichen will, dass, äh, liebe Zuschauer, ihr einfach den Blick schärfen müsst, für den Unterschied zwischen wahrer, ja, wahren Geldwert, in Anführungsstrichen Sachwert, und Fiat Money, ja, Fiat beschreibt es ja eh schon, Fiat, äh, italienisch wollte ich schon sagen, lateinisches Wort, es werde, es werde aus dem Nichts, ja, ähm, Fiat, Währung, Fiat Money, Geld, Blüten, Papier, im Endeffekt Baumwolle in den USA, was auch immer, ja, ähm, kein intrinsischer Sachwert, der dahinter steht, ja, man kann das raus drücken, wie man will, so nach der, so nach dem Motto der Schirral-Geldschöpfung, die wir ja kennen, hier zu Lande aus den europäischen Banken, ähm, da steht nichts dahinter, ähm, und gerade diese Geschichte, ähm, wie viel der Euro im Moment wert ist, ja, 99 US-Cent, um genau zu sein, ähm, wird verdeutlicht noch einmal, dass eine Kaufkraft sehr schnell sich in Luft auflösen kann, dass Fiat Währung einfach dann in dem, ja, im Zweifel des Falles oder im Falle des Zweifels wie auch immer, ja, nichts mehr wert ist, und, ähm, das haben kennen wir, und da empfehle ich einfach den Leuten sich ein bisschen mal mit der Geschichte zu beschäftigen, äh, zu beschäftigen, 1929, ein bisschen früher, davor und dann etwas länger danach, ähm, was die ganze Finanzkrise damals betraf, ja, und da haben wir es gesehen, ne, dass dann plötzlich Leute mit ganzen Einkaufswagen voller D-Mark-Scheinen, nee, nicht D-Mark-Scheinen, ich glaube, es waren noch sogar Reichsmark-Scheine, ja, also korrigiert mich, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, ähm, da sozusagen mit den Scheinen einkaufen gegangen sind, ja, um dann sozusagen ein, äh, Leibbrot zu kaufen, ihr könnt das gerne bei, ja, wie soll ich sagen, bei Ebay ein bisschen nachrecherchieren, da gibt es ganz tolle Zahlen zu diesem Scheinen, ja, da könnt ihr 10 Millionen, äh, 10 Millionen, äh, Reichsmark-Scheine, äh, ja, könnt ihr da gerne bei Ebay kaufen, das ist gar kein Problem, ja, und das zeigt noch mal, wohin so ein System steuern kann, ja, und das zeigt noch mal ganz deutlich, was wirklich der wahre Sachwert ist, ja, der intrinsische, eingespeicherte Wert, ich meine, wenn du denn mal überlegst, und ich werde dazu auch noch ein paar Shorts dann machen, in der Zukunft, wenn du mal überlegst, wie viel, wie viel Euro, D, also Euro-Stücke, ja, oder zwei Euro-Stücke, das kann man jetzt nehmen, wenn man will, oder 50 Cent-Stücke, man tatsächlicherweise braucht für nur eine Unze Gold, ja, und die ist auch nicht viel größer, ein Unze Gold, ne, ihr kennt ja diese schöne Unze Gold, ähm, dann ist das schon erschreckend krass, ja, und in dieser Hinsicht muss man sich wirklich langsam, aber sicher, ja, also gerade, meine Zuschauer werden das wahrscheinlich sowieso wissen, aber, äh, ich habe ja auch neue Zuschauer und Leute, die, wo sich vielleicht da nicht so auskennen, ja, ähm, sollte man sich langsam, aber sicher wirklich mal klar machen, wohin wir laufen, ja, und was der Euro tatsächlicherweise ist, er ist nicht das, was er versucht, oder was er versucht, oder, wie soll ich sagen, was er euch suggeriert, ja, zu sein, was er versucht zu sein, das ist der Euro nicht, er ist kein per sie, nicht ein Ersatz für echtes Geld, ja, das ist er einfach nicht, weil, wie gesagt, es steht kein Sachwert dahinter, er hat keine Goldbindung, ja, kein Sachwert, keine, keine Sachwertbindung, wie damals zum Beispiel der US-Dollar, der ab diesem Zeitpunkt, ihr kennt es ja, Nixon-Schock, 1971, glaube ich, von 71 bis 77, ungefähr so in diesem Zeitraum, äh, Nixon-Schock, die Goldbindung an den US-Dollar aufgegeben wurde, ja, und seit dieser Zeit hat der US-Dollar eben auch eine Abwertung von über 95 Prozent, 90 bis 95 Prozent, das sind sozusagen die internen, ähm, Annahmen an Kaufkraft verloren, ja, und das ist tragisch, das ist tragisch, so verarmt man, so, ähm, treibt man eine Bevölkerung, und zwar jetzt nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern auch die Bevölkerung aus Frankreich, aus Italien, die es sowieso schon schwer waren, erhaben, ich war ja da vor kurzem im Urlaub, und, äh, ich würde das wissen, wenn ihr selbst auch schon vor kurzem, in, in, ja, in Italien im Urlaub wart, oder auch da irgendwie öfters mal seid, wie heruntergekommen da mittlerweile manche Gegenden, Urlaubsorte, ja, äh, die ja eigentlich von Tourismus leben, wirklich sind, ja, also das sind nicht nur, ähm, Neubauten stillgelegt und verkommen zu, ähm, Geistervilla, wenn man so will, sondern auch Straßen sind aufgerissen, Branche, äh, Bordsteine, Bordsteine sind nicht mehr intakt, ähm, die ganze Infrastruktur in Italien scheint vor die Hunde zu gehen, ja, und das kann letzten Endes auch auf uns zukommen, in Deutschland, ja, so neben diesen ganz alltäglichen Dingen, dass wir zum Beispiel den Gaspreis nicht mehr bezahlen können, dass wir den Strompreis nicht mehr bezahlen können, dass wir sämtliche Dinge des alltäglichen Bedarfs nicht mehr bezahlen können, ja, die wir einfach benötigen, um sozusagen es warm zu haben, ähm, dass wir, ne, in die Arbeit kommen mit unseren Fahrzeugen, die Liste ist da einfach endlos, ich könnte da jetzt noch 10 Stunden über mögliche Probleme sprechen, ihr wisst es selber, was da alles auf uns zukommen kann, ja, und sofern ihr noch Möglichkeiten habt, euer Geld abzusichern, und das sage ich jetzt schon länger, dann macht das, liebe Freunde, ja, weil es wird einfach nicht besser, es wird nicht leichter, es wird nicht besser, es wird nicht schöner, es wird nicht blauer, es wird, es wird keine rosa-rote Brille, ähm, auf uns zukommen, durch die wir hineinglotzen können, und dann hinter diesen Scheiben sieht alles anders aus, das wird einfach nicht passieren, ja, und derzeit sieht es auch nicht danach aus, wenn man sich jetzt mal so die Statements, zum Beispiel von Robert Habeck anschaut, nein, es wird keine Verlängerung von Atomkraft geben, ja, nicht Neubauten, Verlängerung, um einfach nur, ähm, eine gewisse Zeit zu überbrücken, ja, das zeigt ja schon, wohin unsere Politik möchte, oder wohin sie steuern will, ja, und sie will nicht dahin steuern, das ist zumindest meine Feststellung, die mag nicht immer stimmen, weil es auch ein subjektives Empfinden ist, ja, aber sie will nicht dahin steuern, es den Menschen hierzulande leichter zu machen, ja, und solange das nicht der Fall ist, müsst ihr einfach selbst handeln, ja, und solange ihr in der Lage seid, selbst handeln zu können, solltet ihr das auch tun, indem ihr die richtige Anlageform wählt, unter anderem Gold physisch, Silber physisch, Aktienwerte, ETFs, Minenaktien, auch immer wieder eine tolle Sache, Minenaktien, ja, und so weiter und so fort, ihr kennt die Liste, ja, das kann ich euch nur sagen, denn es wird einfach nicht leichter, es ist mittlerweile passiert, dieses unwahrscheinlichste Szenario, wovon viele immer gesagt haben, nein, das wird überhaupt niemals passieren, es ist passiert, der Euro ist nicht mehr ein US-Dollar wert, liebe Freunde, und darüber sollte man sich wirklich Gedanken machen. Das soll es gewesen sein für dieses Video, gerne kommentieren, was meint ihr, wie geht es weiter, ja, wird es noch schlimmer hierzulande, und nicht nur hierzulande, ich meine, in ganz Europa, ja, was, die ganze Situation mit Inflation, Stagflation, Rezessionen, und ihr wisst es ja, ja, was, was meint ihr, wird es noch schlimmer, wie wird es im Winter, ja, wird es im Winter sehr, sehr viele Firmenpleiten geben, werden diese Firmen abwandern aus Deutschland, wird der Industrienation Deutschland sozusagen in der Zukunft keine Industrienation mehr sein, ja, weil, wie willst du das sozusagen aufrecht erhalten, gerne kommentieren, ihr seid eingeladen, das Ganze mit zu gestalten, auf meinem Kanal, und ja, letzten Endes auch gerne einen Daumen nördlicher Richtung dalassen, und wenn ihr mögt, auch meinen Kanal abonnieren, damit helft ihr mir immer, ihr wisst es ja, darüber freue ich mich sehr, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, danke für eure Zeit, Kuss geht raus, viel Liebe, bleibt freundlich zueinander, danke für eure Zeit, schau mit V, viel Liebe, Kuss, Kuss, bis dahin, mein Matze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.